hallo und herzlich willkommen zu die sims wir land aus leben im letzten part haben wir die kleine matilda altern lassen und ich glaube sie wird gerade wach oder nein sie schläft noch okay ich dachte sie wird wach deswegen habe ich erst mal gefilmt ja ich habe ja raul eingeladen die nacht hier bei uns zu verbringen und er hat sich dann ein bisschen um matilda gekümmert voll voll niedlich ich kann mich mit natilda ihn auch ein bisschen steuern und ja er hat sie dann ins bett gebracht auch und sie schläft jetzt hier noch ganz schön bin gespannt was sie so für ein sim wird ich weiß nicht ob wir beim letzten mal noch irgendetwas herausgefunden haben über sie nachher wir haben kinder unterhaltszahlungen bekommen aber das wird sich auch bald erledigt haben wenn wir dann verheiratet sind und sie kann jetzt ihre hände nach etwas ausstrecken das haben wir auch noch erreicht also als ihr nicht mehr dabei wart hier und unsere klarer die hat jetzt hier glaube ich gefrühstückt sie freut sich dass sie eine party hatte mit den ganzen leuten die sie kennt und ich würde sie jetzt mal sich ein bisschen fertig machen lassen vielleicht noch einmal zähne putzen und ihre akne abdecken und die oder lieber reinigen das ist glaube ich besser gesichtsreiniger auftragen und ich glaube ich lasse sie heute alleine zur schule gehen das ist montag sie hat ihre hausaufgaben auch noch gemacht und dann würde ich mit cleo dann einmal die dalmatiner besuchen gehen es hat geschneit schaut euch mal henford und begli im schnee an ist das nicht schön wer joggt hier die kennen wir sogar wer bist du janette markovic die wohnt ja auch irgendwo in henford und begli will mal geht's gut genau da hatte ich mich noch darum gekümmert am abend deswegen cleo ist noch etwas müde und schläft noch ein bisschen sie hat jetzt ein minzfrischen atem aknekrise bewältigt also es kann auf jeden fall losgehen sie kann alleine zur schule gehen so ginger ist ein bisschen unzufrieden der bräuchte etwas spaß weißt du was ich werde mal raul oh ginger ist krank das ist natürlich schlechter müssen natürlich erstmal mit ginger beziehungsweise vielleicht haben wir noch ein leckerchen im inventar dann können wir das so regeln vielleicht hier wellness haben die gebe ich einfach mal cleo und dann kann sie ginger eins geben und ich hoffe dass das dann hilft wo bist du noch mal hier gib ihm bitte einen wellness haben mal schauen vielleicht hilft das schon ja das heißt weihnachten haben wir dann auch noch zu feiern am mittwoch ist weihnachten ok es ist viel los beziehungsweise ich habe viel vor weil ich will unbedingt dann das erste mal auch nach salvadorada reisen wenn wir ferien haben so ja feines hündchen und auf wiedersehen geh schön zur schule und schreib gute noten sie ist ja genau sie hat ja die prüfungen verkackt sie ist eigentlich einser überschülerin aber hat die prüfungen verhauen beim letzten mal mal gucken wie sie sich jetzt so schlägt wenn ich nicht mitgehe dann ist es glaube ich echt besser so und cleo cleo werde ich jetzt aber mal wecken das reicht cleo du musst jetzt mal dich um deine tiere kümmern aber krass matilda schläft immer noch ganz brav in ihrem bettchen sehr süß ich finde die so niedlich ne das mit den roten augen werde ich auf jeden fall dann noch ändern sie wird entweder die grauen augen bekommen von ihr oder raul hat glaube ich braune augen oh cleo du musst wieder von zu hause aus arbeiten der chef von cleo ist nicht begeistert von der arbeit die cleo zu hause erledigt hat und sie erhält 0 simoleons und wir haben bestimmt rechnungen bekommen ja dann kannst du die mal gleich zahlen rechnungen bezahlen vielleicht mal kurz deinen schatz abknutschen küssen und er muss los okay und dann noch mal zu ginger gehen das hat nämlich irgendwie jetzt nicht geklappt er hat regenbogenhaufen oder macht regenbogenhaufen vielleicht klappt das jetzt unser gärtner ist auch schon da und macht unseren garten wieder fit sehr gut noch mal abknutschen bevor es dann nach hause geht raul oh man der ist so süß ich liebe den ich bin echt froh dass wir raul gefunden haben als als man er ist auch schon erwachsen aber das passt ja cleo ist ja jetzt auch erwachsen cleo freut sich dass sie in der frischen luft ist sehr gut aber sie hat echt langsam ganz schön hunger jetzt ist sie in den regenbogenhaufen getreten nein du bist in den haufen gelaufen hätte ich dir mal lieber weg räumen sollen gleich so ich bin jetzt echt gespannt ob das hilft auf jeden fall ist er wieder grün es scheint geklappt zu haben sehr cool ja und er wünscht sich halt ein bisschen ein bisschen hier liebe spüren können wir mal machen streicheln ich glaube da ist eigentlich schon wieder fast zufrieden obwohl er auch ein bisschen spaß haben wollte was müssen wir heute für deinen job machen oh nein wieder pflanzen probe analysieren das was ich irgendwie nicht machen kann naja mal gucken wie lange ich sie hier noch ähm schone hey ich habe gehört dass du dich mit raul angefreundet hast ja dankeschön ich glaube ich lass cleo auch bald wieder zur arbeit gehen und da wird halt matilda betreut ich glaube so langsam ist sie dann bereit betreut zu werden jetzt ist ja keine neugeborene mehr die hasen ist das süß das war auch viel zu selten und mit den hühnern beschäftigen cleo zwar ein bisschen verrückt aber gut sie freut sich über den hahn ist das süß auch cleo so die absetzen die kannst du die wäsche mal bitte weg legen genau da möchte sie natürlich etwas essen will mal ist noch so weit zufrieden ja okay ach haul ist doch da geblieben das heißt wenn matilda jetzt wach wird dann kann ich noch mal gucken dass raul sie versorgt hilfe hilfe oh 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 was hat sie sie braucht hilfe weil sie hilfebedürftig ist irgendwie und sie hat total großen hunger raul hilfe von raul gefüttert werden los marotte enthüllt beruhigt sich selbst matilda wird oft versuchen sich selbst zu beruhigen säuglinge mit der marotte beruhigt sich selbst neigen eher dazu ihre kleinen finger und zehen in den mund zu stecken um sich zu beruhigen wenn sie traurig oder wütend sind und weinen sie beruhigen sich auch selbst um einzuschlafen perfekt also scheint sie ein sehr umgänglicher säugling zu werden mit dem wir ganz gut ja der leicht zu händeln ist jetzt kriegt sie die flasche von raul das ist auch ein süßes bild raul und seine tochter sehr gut das heißt raul wenn du jetzt hier so schön aufpasst können wir mal weg ist das für ich in ordnung du bist hier draußen beim hund okay hast du aufgegessen nein da warten wir noch ganz kurz und dann ja mit wem würde ich denn züchten wollen mit pipi oder mit cookie ich glaube cookie ist eltern dann nehmen wir mal cookie mit vielleicht ich nehme erst noch beide mit cookie und oder ich nehme einfach alle mit was soll es soll sich die hunde einfach untereinander anfreunden und raul passt schön auf matilda auf perfekt hier ist auch marotte enthüllt beim mampfen pieseln matilda pieselt häufig wenn sie gefüttert wird säuglinge mit der marotte beim mampfen pieseln machen beim füttern öfter in die winde gut ich hoffe raul kümmert sich um sie und wickelt sie auch schön aber ja sie sieht auf jeden fall sehr zufrieden aus und hier hat wieder ein hund hingemacht ich weiß nicht ob das unser haufen ist erst mal können wir uns ja hier begrüßen ein kompliment machen so geist oder senior hier ist ein senior sarah schäfer aber sie ist leider auch ein promi das heißt sie können wir nicht ansprechen ansonsten hätte ich das hier mal langsam ja vernichten können ihre angst hier aber so und ihr habt die süßen hund das finde ich halt cool hier leo achte er muss ich noch gar nicht genau angeguckt die schauen schon ein bisschen anders aus die wurden auf jeden fall leo hübscher hund süß ganz anders als die der martina die ich sonst immer hatte nicht so nicht so schlank ne sieht ein bisschen anders aus also leo und cookie wäre doch eine süße mischung und hier haben wir dann auch gott sehr hübsch ganz süße tiere sie ist die haben gar nicht so spitzen schnauzen und so die sehen echt ein bisschen anders aus das ist dann emma ich kann sie ja steuern genau das ist natürlich super cookie kannst du dich hier mal ein bisschen mit leo anfreunden cookie und leo ja auch wenn cookie schon sehen eine seniorin ist hoffe ich dass es dann irgendwie klappt zuschauen spielen und genau die beiden können hier so lange miteinander quatschen bla 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 seid ihr nicht schon beste freunde so du musst mal auf die toilette das kannst du dann auch noch machen und gucki wie läuft's oh der sehr cool der der bellt auch viel tiefer freundlich freundlich hinterteil beschnüppeln freundlich hinterherjagen erkunden bälle bälle ja hinterteil beschnüppeln könnt ihr auch mal eigentlich hätten wir uns auch mal in irgendeinem hundepark treffen können zusammen oder ich muss mal gucken ich glaube wenn cleo die jetzt kennen lernt cleo du wirst jetzt mal dich freundlich bei emma vorstellen danach noch bei leo dann kennt sie nämlich die hunde und dann können wir alle zusammen verreisen und vielleicht irgendwo spazieren gehen oder so dabei müssten die sich ja dann auch anfreunden hier liegt noch das kinderbuch ich glaube das hat cleo sogar vor gelesen wow schnüfflerin jägerin und unruhestifterin also es sind auch hunde die nicht so oder die halt auch ein negatives merkmal haben die nicht ganz so brav sind klug freundlich und treu okay also leo ist leo ist doch ein ganz ganz braver hund warum bist du traurig geteiltes leid was hat sie denn okay ich schau mal wo wir jetzt noch hinfahren können das ist so ein bisschen was machen können mit les und cookie ginger pipi emma und leo genau mal gucken ob das funktioniert ich würde ja gerne spazieren gehen also spazieren gehen kann man einmal in sansequoia und in mont kumorebi fahren wir mal nach mont kumorebi es ist sowieso winter dann fällt es gar nicht auf das war hier oben oder da kann man auch hier ich weiß es nicht genau ich reise mal hier und ich weiß dass man da spazieren gehen kann hier ist nicht ganz so gutes wetter hier regnet es etwas war hier ist ella auch lange nicht mehr gesehen hallo ella okay dann rundweg wandern mit allen so lass es jetzt bitte klappen was wünscht ihr sich raul nach seinem tag fragen und schach spielen cool etwas von ausgezeichneter qualität herstellen frederick und ich habe einen kleinen braten im ofen ich kann dir gar nicht sagen wie aufgeregt ich bin dass wir ein baby bekommen ach wie süß ach wie süß emma die kriegen ihr viertes kind auch niedlich felix sophie und kevin haben sie und jetzt bekommen so ein kind nachher cool aber ich finde das passt das passt die soll noch ein kind bekommen jetzt haben sie auch ein bisschen gewartet so alle gehen hinten hin sieht auch cool aus ich hoffe ihr freundet euch dann während der gassi runde an wir gehen jetzt mit dem ganzen rudel hier spazieren sie muss mal das ist natürlich ungünstig kann ich cheaten dass sie nicht muss glücklich machen ich mache sie jetzt alle bedürfnisse des ausgewählten sims auf maximal werte setzen so mache ich ja nicht oft aber sonst ist wahrscheinlich die gassi runde ganz schnell vorbei die wandern hier hoch in zweier reihen wie das aussieht und marsch könnt weiterlaufen sehr cool das ist außerhalb der mod echt die einzige möglichkeit mal mit den hunden also mit mehreren hunden gassi zu gehen indem man einfach wandern geht oder spazieren geht ich hab dich doch glücklich gecheatet warum hat es nicht geklappt liss deine ganzen bedürfnisse sollten jetzt eigentlich erfüllt sein glücklich machen anscheinend hat klarer probleme in mathematik sie ist jetzt also sehr sehr gut kleo sieht so aus als wüsste sie jetzt nicht mehr wo es lang geht okay jetzt kommt sie wieder ein bisschen bisschen glücklicher und weiter geht's selina ich kenne dich nicht wirklich lass mich in ruhe aber selina hat scheinbar irgendwie ein partner gefunden mit unserer hilfe so hunde euch geht es auch gut dabei spielen naja okay also so viel spaß haben die jetzt auch nicht nass geht es noch weiter oder nicht so ach heute ist rabatt tag okay war es das weil sonst hören wir halt aufzuwenden und dann über langeweile beschweren pass mal auf pipini cookie freundet sich weiter mit leo an und spricht mit leo und spielt mit leo und wer war unglücklich ginger ginger mit dem kannst du ein bisschen apportieren geht das training ja dann sind wir hier im park und beschäftigen uns einfach noch ein bisschen mit den hunden doch auch nicht verkehrt und cookie machst du das was ich will ja und spricht mit leo freundlich sehr gut das ist mal ein dalmatiner tag den wir lange nicht mehr hatten sehr gut ginger bring mir den ball fein ach wie süß und dann kannst du mal sagen zur paarung ermutigen mit leo da bin ich jetzt auch gespannt oder drückt bei die daumen das ist gleich klappt es hat auf jeden fall haben sie sich wirklich gepaart das hat geklappt jetzt wird ich mal sehr gespannt ob da auch welten entstehen gut dann musst du aber auch wieder zurück reisen weil wir haben ein kleines kind zu hause und ja wir wollen sie nicht so lange allein lassen ohne die mama wie schön weiß wer bist du denn wer bist du denn eine klassenkameradin nadja schwarz was tust du hier ach ja wisst ihr was ich noch anfangen wollte stimmt ich wollte ja dass kleo ihr kochbuch schreibt so mathilda ist ja wohl nicht dein ernst wo liegt sie denn hier rum die werde ich aber zurück teleportieren weil das ist ein bisschen sehr komisch das kann so nicht sein dass mathilda einfach irgendwo liegt so jetzt ist sie hier und ein bisschen hunger hat sie dann kann man mich auch mal füttern vielleicht einmal knuddeln und stillen und meilenstein gurren freigeschaltet ja du lernst immer mehr du kleine maus sehr gut so du möchtest unbedingt auf test vorbereiten wähle auf prüfung vorbereiten an den hausaufgaben im lantar den sims während er konzentriert ist ja gut das machen wir nicht jetzt du könntest mal das ersetzen wir jetzt da habe ich keine lust drauf ja mach doch einfach mal deine hausaufgaben hausaufgaben machen und geh bitte weg vom laptop da muss ich gleich hin das ist immer so süß wenn die dann ein bäuerchen machen hier ach so kann es aber sein dass du noch eine windel brauchst oder traul das noch gemacht das weiß ich jetzt nicht oh gott flocke ist unglücklich das ist nicht gut das machen wir auch gleich sie ist hier schon wieder ein hund der hier aus der toilette trinkt ok eins nach dem anderen müssen erst mal gerne mal die windel wechseln in der wechseln und dann können wir sagen hund belehren und dann können wir ein kochbuch schreiben da bin ich gespannt wo man das jetzt ja machen kann bei schreiben sie kann so coole sachen machen robin offermann ruft an um zu plaudern das ist ja süß die tante ruft ihre nicht da an schreiben fähigkeiten buch schreiben kochbuch kochbuch für das rustikale leben mit diesem buch kannst du deine kochfähigkeiten erheblich steigern was hat sie denn für als sie level 10 tanzen garten arbeit kochen hat sie level 10 erreicht krass was soll sie denn da noch steigern dann kochbuch für das rustikale leben ok dann nennen wir es einfach kleos feine küche so kleos feine küche wird jetzt geschrieben und du machst deine ausaufgaben sehr gut du bist auch halbwegs glücklich ich wette du wirst gleich einschlafen in die haja gehen ja das war klar aber die ist voll dies voll pflegeleicht ne die ist total glücklich leicht zufrieden zu stellen richtig süß cooles kind dann wäre ich glücklich glück gehabt rundies wir haben extra einen ausflug mit euch gemacht wieso steht ihr hier wieder level 3 der schreibfähigkeit finde ich cool cleo finde ich richtig cool dass du jetzt dein kochbuch schreibst klar hat ihre hausaufgaben erledigt braves mädchen jetzt telefoniert sie mit tante robin und cookie kommt schon wieder und guckt was sie da macht das ist so süß die cookie cookies immer so interessiert an klar und umgekehrt genauso ich glaube dass mit den welpen machen hat nicht geklappt weil sonst hätte sie jetzt schon welche glaube ich wir arbeiten an unserer beziehung also danke für die konstruktive hilfe cool also raul und emma versuchen miteinander klar zu kommen kannst du cookie ein trick beibringen training rollen hallo klappt das die streichen training ja mein cookie auch das ist so süß das ist so süß pipi hat hunger ja pipi ich glaube du kannst auch fressen da ist doch was ich glaube sie muss dann auch mal ein instagram bild instagram tier machen wir wollen dass man alles ein bisschen festhalten genauso wie matilda die müssen wir auch noch fotografieren für unsere wand eigentlich kannst du das mal machen weil du wirst jetzt dein buch sowieso nicht fertig schreiben dann kannst du mal hier hingehen die ist langweilig drin eingesperrt oh nein du kannst dich gleich noch um deine tiere kümmern dann hast du das problem nicht schreibblockade cleo würde jetzt lieber alles andere machen soll sie zugeben dass sie schreiben nicht mag ok leo mag schreiben nicht so und wenn du da stehst machst du bitte ein foto da müssen wir ja die kleine matilda beim schlafen fotografieren können genau ein bisschen ranzoomen nee so und dann wenn du sowieso raus willst dann kannst du hier gerne stall säubern eier einsammeln futter verstreuen und auch hier den viehstall säubern genau dann packen wir mal den haufen hier weg level 2 der tierarzt fähigkeit der tiererziehungsfähigkeit hat sie erreicht und cookie hat den befehl rollen gelernt cookie du bist aber ein schlaues hündchen das ging jetzt richtig schnell so wir haben schon wieder ein brutei perfekt das kann man hier gleich wieder zum ausbrüten hinlegen kommen wir jetzt irgendwie an den hund ran dass wir ein hübsches bild hinkriegen ja vielleicht so die steht ja da wie eine eins ich weiß nicht so schön ist das nicht okay schade ein brutei schlecht soll es trotzdem ausbrüten ich weiß nicht wird es dann ein schlechtes hühnchen oder was die eier sind normal gut kleo ja du machst das matilda schläft klarer hat jetzt zeit klarer hausaufgaben hast gemacht brauchst du noch irgendwas ja wir können dich noch mal lesen lassen dass du dich hier weiter informiert oder für prüfungen lernen wir natürlich auch nicht schlecht du kannst hast du dir schon fertig gelesen den band 1 ich weiß es nicht genau wir probieren mal den noch mal zu lesen mal gucken ob die fähigkeit dann auch noch steigt na sag mal ginger ginger ist schon wieder dreckig ja doch haben wir scheinbar noch nicht zu ende gelesen dann können sie das noch lesen und cleo hat jetzt hier einfach zu tun mit ihren tieren die kann nämlich danach noch ginger waren liebe spüren und dann baden auch die hühner sind noch mal rausgekommen zum fressen süß ralf und locke oder flocke ralf und flocke okay sie ist einfach schlafen gegangen na gut klarer magste archäologie nicht aus büchern lernen kann ich auch ein bisschen verstehen emma weißt du denn hier ist dein baby gekommen ist der bauch weg ist dem baby gekommen ne ich sehe irgendwie den bauch nicht mehr so richtig komisch ja matilda schläft sich jetzt aus auf ihrer matte und da sind wir die ganze nacht wach na toll das ist ja super sie badet den hund in der riesen eckbadewanne so und pipi haben wir uns jetzt nicht so viel gekümmert sie braucht doch zuwendung das machen wir auch noch gleich pipi sieht ja genauso aus pipi was hast du getan können wir dich vielleicht bürsten müssen wir dich vielleicht gar nicht baden ey cookie und was machen denn die ganzen hunde ich fasse es nicht kann man dich noch für irgendwas ausschimpfen nee also weiß ich nicht was sie gemacht hat na toll ach hundis muss das denn sein naja dann muss sie danach auch noch cookie baden und dann ist sie wahrscheinlich so müde dass sie gleich ins bett fällt und matilda wird dann wach aber ich werde mal die folge beenden das kann ich ja dann selber noch zu ende spielen ich hoffe dass es euch gefallen hat nicht wundern falls irgendwie ein video mal ausfallen wird das liegt daran dass ich im urlaub bin genau dann wisst ihr schon mal bescheid ich wünsche euch einen schönen tag noch und bis zum nächsten mal ciao und bis zum nächsten mal